Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Beking im House Final Mix. Wir machen jetzt weiter mit der Arena des Olymps, nämlich Herkules. In diesem Land werden wir am allermeisten sein, das sag ich euch jetzt schon. Ach, doch keine Cutszene. Ich dachte, da wären einige gekommen. Und wenn es nur ein Zitat gewesen wäre, also nur ein Satz, aber egal. Wir haben auf jeden Fall eigentlich Vita. Das ist das Wichtigste. Stimmt, Eis reicht nicht. Ich brauche dazu Eisra, glaube ich, oder Eisgar sogar. Deswegen, nein, nein, nein. Okay. Da ist Martino. So, jetzt besuchen wir mal Phil. Phil Collins. Ähm, gute Zeit. Simon, gib mir deine Hand, bitte? Geh das Pädestal da für mich. Ich muss das Ort aufbauen, um die Gäme zu machen. Für die Gäme. Verwirkt sich kein Stück. Ich habe meine Hände voll vorbereiteten für die Spiele, so runalong, Pipsqueaks. Schau, es ist so. Heroes kommen von all over, um zu kämpfen ferochischen Monstern, hier in der Kolosseum. Du hast Heroes stehen in front of dir. Ja, er ist ein realer Hero, chosen by the Keyblade. Und realer Heroes, auch. Hero? That grunt? Was ist so lustig? Ich habe ein paar Monstern gegessen. Hey, wenn du sogar nicht mehr so machen kannst, du kannst dich selbst... Der Hero! Ja! Okay, so it takes more than Brawn. Okay. Well, let's see what you can do. Ja! 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 Come on! Come on! Come on! You know? Come on! 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 You know, you ain't bad kid. Haha, looks like I'm headed for the games. Afraid not! Why not? Two words! You guys ain't heroes! Come on! Als wahrer Held musst du erstmal mit dieser Magie fertig werden. Blitz! Jetzt kommt! Mein Lieblings Fiesling! Es ist alles dein. Good luck kid! Ich brauche dich für dich, kleine Shorty. Seht euch als so vor. Okay. Donald geht ab. Ihr seid noch keine Helden, aber ihr schlagt euch wacker. Gut, dass ihr mich als Trainer ausgesucht habt. Oh! Hallo! Ich fürchte, der da wird schwer zu besiegen sein. Wer weiß, vielleicht müsst ihr gegen ihn antreten. Das Problem ist halt, ähm... Ich hab kein... Abblocken. Und Cloud ist ohne Blocken schon ziemlich schwerfällig. Mitblocken ist er einer der leichtesten Gegner ever. Aber ohne Blocken könnte kritisch werden. Das ist die Power des Kabel. Das ist die Power des Kabel. Das ist die Power des Kabel. Du bist besser als ich dachte, Kleine. Ich wünschte, er könnte das sehen. Wer? Herkules. Er ist ein Held. Falls es je einen gegeben hat, zu schade, dass er gerade seinen Vater besucht. Die Dunkelpulks. Aua. Ah, war das knapp. Ich habe beinahe den da noch miterwischt. Oh, boah. Pearl Daisy gibt es auch. Ich weiß gar nicht mehr, was Goofy angehört hat. So. Ah, ich wollte mich noch heilen kurz. Ah, jetzt hat er es gesagt. Jetzt hat er es gesagt. Das kleine Punk ist dein nächsterster. Okay? Jetzt nicht es, einfach auszunehmen. Der Großartige Gott der Unterwelt ist Angst, dass ein Kind? Sorry, aber mein Kontrakt sagt... Ich weiß! Ich weiß, du denkst, ich weiß, dass ich das Kontrakt habe? Ich weiß, es sagt, dass du nur die Bestätigung zu töten Herkules in diesem Tournament. Aber du musst dich gegen den Mann zu kämpfen, um zu ihm zu kommen. Hey, wie das alte Goad sagt. Ruhige Nummer 11. Es ist alles nur ein Spiel. Also lass dich los und Spaß mit ihm. Ich meine, ein Casualty oder so along the way. Es ist kein Problem, oder? Geeze. Stiffer als die Stiffs-Bagons. Still, all these Stuckers like him are hard to come by. So. Die Preller. Aua. 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 Okay, Fetty ist weg. Aua. 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 Gott sei Dank noch nicht so aktiv, wie wenn wir nachher noch mal gegen Kämpfen müssen. Ich muss aber mal Respekt an Donut und Goofy sagen, müssen die noch leben. Normalerweise verringen die mir immer so schnell gegen Claude. Nein, 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 klappt. Ist das das Beste, was du tun kannst? Ach, komm Claude, ich bin mir nicht auf den Sack. Ach, jetzt hat er mich echt noch mit in Einschlag erwischt. Ja, geschafft. Oh, right, das war eine andere Runde. Ich habe vergessen, dass ein accident passiert. Hey! Phil! Geh sie weg! Wir werden sie wegziehen! Oh, oh, oh! Junge, das war knapp. Das war Kerberus, der Wächter der Unterwelt. Herkulus wird bestimmt mit ihm fertig. Anders als vielleicht auch nicht. Das sieht nicht gut aus. So. Und ich beende den... Ah, nee, Spaß. Das war nicht pass. Wir machen jetzt auf jeden Fall noch Seberus kaputt. So, jetzt erstmal wieder ein paar Potion holen. Donut kriegt diesmal auch welche. Und Goofy kriegt auch welche. Weil ich weiß, dass Silberus echt eine kleine Missgeburt ist. Ey, Donut nix, Goofy auch nix. Okay. Du wirst nicht in die Reine gehen, Kleiner. Klar, das ist kein Spiel, das wird ernst gemacht. Ich habe keine Angst. Du kannst dann entscheiden, ob ich ein Held bin oder nicht. Sorry, sei Vorsicht, Kleiner. Das waren höchstens zwei Silben. Oh, ich hasse Silberus. Überhaupt, wenn man noch nicht Sportsfreund hat. Aua. Aua. Habt ihr gesehen, wie ich gerade hängen geblieben bin? Oh, jetzt geht der mir los. Ich würd grad sagen, nicht schön, dass mich einer mal heilt. Och ne, der fängt schon wieder mit der Kacke an. Aua. Aua. Holy shit. Na. Gleich hab ich's, Leute. Gleich hab ich's. Und. Geschafft. Oh, lieben. Sogar lieben erhört's. Nicht schlecht, Leute. Nicht schlecht. Ich bin. 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 Es gibt keinen Spiel für einen Moment. Wir müssen die Scheiße von der letzten Krieg erstellen. Okay, wir werden zurück. Ich kann noch nicht glauben, dass dieser Squirt tatsächlich beat Cerberus. Just zwischen uns? Ich habe bereits auf den Cerberus geblieben, als der kleine Junge in. Meine Lippe sind gefeiert. Oh, Claude. Hallo. Hey, bist du okay? Ja. So, why did you go along with him anyway? I'm looking for someone. Hades promised to help. I tried to exploit the power of darkness, but it backfired. I fell into darkness, and I couldn't find the light. You'll find it. I'm searching, too. For your light? Don't lose sight of it. How about a rematch sometime? Fair and square. No dark powers involved. I think I'll pass. Yeah, perforieren. Das ist Sonic Stoß, und das will ich auf jeden Fall. Äh, MPHs machen wir einfach weg. He's strong. He's kind. He's always there for you. And he's handsome to boot. He's perfect. Perfect? Perfectly infuriated! Be-re-f-me-razy! Wait a minute. What are you worried about? All the pieces are in place. Relax. Whoa, 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 whoa. Here's what you do. Let Hercules train the kid. In the next games, I'll take care of them both. Who invited you to the party? Stay out of this. This is my show. As you wish. Fight to your heart's content. So. Jetzt müssen wir wieder in Stadttraversie. Aber diesmal in mir im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, Leute! Tschüss! Tschüss!